ARD Text im Auftrag von Funk 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 Und, äh, Joe, 60.000! Und, äh, und Kohle. Wegen, wegen, wo auch viele facken. Ein Stack, facken, circa. Wie viel? Circa ein Stack, wenn nicht sogar zwei. 57. Facken? Ne, 1000. Also, Kohle hab ich unten auch noch ein bisschen. Ja, hab ich schon. Also, 32 Sticks. Okay. Der hat mischt. Ähm. Philipp, soll ich bei deiner Torte gleich auch noch ein anständiges Programm reinmachen? Äh, geht doch nicht alles. Kann doch den Namen einfach sagen, dann brauchst du selber, kannst du selber machen. Äh, geht doch so alles. Können wir pennen? Warte. Ja, können wir machen. Oh, Philipp. Ach, sorry. Lass die Tür offen gelassen, jetzt kommen wir uns da rein. Ach, Quatsch. Jetzt ist ein Creeper in unserer Wohnung sehr peckig. Das wär richtig. Ich liege. Ja, ich liege auch. Äh, ist das Soulboard, Ligo? Jetzt ist er extra aufgestanden, um die Tür zuzumachen. Ja, wenn da ein Creeper reinkommt. Ich soll da ein Creeper reinkommen, als ob in fünf Sekunden da ein Creeper reinkommt. Das geht. Was? Oh, wieso dauert denn das so lange? Was? Oh, ein Geil nach oben. Was? Ein Geil nach oben. Was hast du für ein Problem? Jetzt wieder nach oben kommen, weißt du, als ob du es gehört hast? Nein. Ey, ich seh den eigentlich, seh's nicht. Ach, du Blindfisch. Ach, hier. Ach, hier. Schöp, Mann. Äh. Boah, da kann hab ich dir Eumel raus, Junge. Oh, wie lang dauert das denn hier? Kann sich jetzt mal bitte der Letzte ins Bett legen? Danke. Fett am Ausrasten. Ja, ey Niko stopp 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 stopp. Hey Niko stopp 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 stopp. Oh, da, da. Geh an, das hinten, äh, Leo. Woho. Reaper? Nein, ne Sommerwiese. Alles kaputt? Möchtest du bitte hinter der Twitter hinterherlaufen? Oh mein Gott. Ey, aber unsere Rohstoffe ist noch alles da. Der hat nur die Kiste kaputt gemacht. Das ist alles rausgefallen. Die Fakien müssen immer unten rechts in die Ecke. Aber nur wenn du den Pfeil hier brauchst. Philipp, ist alles okay. Es ist noch alles da. Es ist noch alles da. Ja, ja, ja. Wenn du bist pisst, was? Nö. Na dann ist alles gut. Warum soll ich nicht hin? Ich weiß ja nicht, mein Herr. Ohohohoho. Apolo ist es hier. Apolo. So, oh mein Gott. Ich hab nur so viel Dings dabei. Aber jetzt ist der ganze Sand hier. Scheiße. So. Alter, tut's auch. So. Sieht eigentlich ganz gut aus. So. So und so und so und so. Alles klar. Ich kann da eine neue Rabattriee bauen. Das passt schon. Boah, ich fehlen mir immer noch was. Ey. 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 Arminar. Wie sieht's denn hier eigentlich schon aus? Das sieht doch richtig geil aus. Tada. Komm mal, noch ein Baum. Scheiße, jetzt hab ich das hier abgebaut. Oh, da gibt's Rubber. So, Nico, was bauen wir uns als nächstes? Wenn das jetzt nicht leicht geht. Nuke. Nee, sag mal, jetzt. Also mal, ähm. Schon, hey. Leute, wir sind wieder jetzt. Ansitzen. Ja, mach'n Pumpen und... ...Liquot Tesseract. Oh. Na klar, klar, Freunde, mach das so. Tesseract ist schwer, ne? Genau so würd ich das auch machen. Genau so. Ja, das ist... ...de Summers hättest du jetzt... ...wie ich weiß, komische Geräte brauch dafür. Ja, das ist wirklich kacke. Hahaha. Ah ja, ich brauch... ...dieses Harden-Glas-Scheiße, Mann. No way, brauchst du wirklich? Wir müssen jetzt mal Farben gehen. Also, du bist ja Farben. Hey, Kabel. Hä, wieso wirken wir dann? Ich versuch's, ich versuch's dir selbst nicht mal einfach an. Alles gar, ich brauch's erst mal ein intaktisches Smelter. Gut. Ähm... Sehr schwer. Wo ist denn hier ein Koppenkegel? Einfach, Koppen und... Oh, das hat so ne bisschen... ...Kacke, ein Invar. Ach nee, wie war denn Invar? Koppen und... Ich weiß nicht, ich guck's dran nach. Ja, aber da steht nichts. Auch in Iron Dust und Pulverweil. Ach ja, Pulverweil, das brauch ich ja dann auch noch. Okay. Äh, Leverkusen mit 3-0. Einfach? Was machen die? Äh, voll. Vor allem... ...Namen eigentlich sagen. Was ist das? Von... Von nem... Typ aus unserer Klasse. Was will ich denn sagen? So, Copper Cable? Ja, in Richtung... Äh, Kick Base. Was, Kick Base? Ja, sag ruhig. Was ist das? Äh... Ach doch mal den Namen. Was Marni geschrieben hat. Weil, ähm... Demmit macht, hat sich ja bei dem alten Account, äh, übelst den... Wolfsburg-Kader gemacht, doch. Den was? Wolfsburg-Kader, Alter. Bist du behindert, Nico? Wolfsburg... Ähm... Ach so. Kiefer, oder was? Da warst du. Nein, Kick Base. Aha, warst du. Äh, ich hab 3 Dias, Leo. Sehr schön. Das ist gut. Das war wirklich gut. Ich hab ein Electronic Circuit Board gebaut. So. Doch, geht. Ähm... Ja, der kriegt jetzt übelst Minus. So, stimmt, weil die alle so scheiße machen. Ja. So, Mercurator, ah, geil. So, Glück nur auf den alten Account. Ey, ich muss auch aufpassen, ich hab auch Draxler. So. Ja, was labert ihr denn? Na, aber lieber Fußball. Kick Base ist so ne App. Hm. Ich hab mal Fußball im Verein gespielt. Ich auch. Warte. Jo, da bringst du mir gleich mal ne Eisenspitze herunter. Welche Position warst du denn? Mittelfeld. So, Philipp, wir haben jetzt... Philipp, wir haben jetzt nen Mercurator. Ich war immer Abwehr. Warum müssen noch zwei... Ja, ich war immer Abwehr in Mittelfeld. Da habe ich keinen Bock mehr, da hab ich auch gehört. So. Noch einen Feuerstein raus verbringen, ja. So, warte, was macht jetzt dieser Mercurator? Ach, der macht verdoppelt das. Mercurator? Ja, der verdoppelt das, ne? Da packe ich jetzt... Mace Rater. Mace Rater, ja. Du bist das so gut in Englisch. So, wie geht das jetzt? Was muss ich da reinmachen, damit das funktioniert? Warte, 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 warte. Ich komme nur gleich. Bring mir meine Pickaxe. Ja, mach ich. Ich bring Nico seine Pickaxe und dann komm ich zu dir. Generator. Ne, wie wird ein Generator geschrieben? Gen... Ja, auf Englisch. Ich spiele das hier auf Englisch. Ja, genau so. Generator. Ach, ne RE-Batterie brauche ich. Genau.